Moin Leute und herzlich willkommen zum kleinen Informationsvideo über mich bzw. über meinen Kanal. Und zwar kündige ich jetzt offiziell ein neues Projekt, was ich auf meinem Kanal zeigen möchte. Denn in 11 Tagen kommt das neue Gran Turismo Sport raus, was ich mir natürlich schon vorbestellt habe. Und ich habe da schon ein richtig großes Interesse, da ich schon vorherige Teile schon mal auf anderen Konsolen gespielt habe. Sogar auf ältere Konsolen, zum Beispiel Playstation 2. Und ich das Spiel schon richtig Hammer fand. Und ja, Leute, ich finde das Spiel, was jetzt kommt, auch richtig, richtig heftig. Natürlich die Grafik, OMG. Aber na gut, auf jeden Fall werde ich natürlich darüber auch ein paar Livestreams auf dem Kanal zeigen. Und generelle Informationen über das Spiel auf meinem Kanal zeigen. Ihr wisst, was ich meine. Aber natürlich keine Angst, Leute. GTA bleibt ein großer Bestandteil bzw. der Hauptbestandteil des Kanals. Da braucht ihr irgendwie keine Song zu haben oder sonst irgendwelche Bedenken. Es gibt jetzt noch was. Denn ihr könnt wirklich VIP-Abonnent meines Kanals werden. Da denkt ihr so, hä, wie VIP? Ja, Leute, das geht wirklich. Denn YouTube hat das nämlich freigeschaltet. Ihr könnt nämlich jetzt VIP-Abonnent werden. So, Leute, das ist natürlich ein kostenpflichtiger Abo. Deswegen auch VIP-Abonnent. Das kostet, keine Ahnung, 5 Dollar im Monat. Ungerechnet sind es ein paar Euro. Aber, Leute, ihr habt dann auf jeden Fall mehr exklusive Rechte in Livestreams, in Live-Chat bei Streams. Ihr kriegt natürlich ein Icon von mir persönlich natürlich erstellt. Was zeigt in diesem Live-Chat, dass ihr VIP seid? Ich hatte auch mehr Rechte da. Aber das könnt ihr auch alles gerne mich fragen, wenn ihr Interesse habt, VIP-Abonnent meines Kanals zu werden. Auf jeden Fall würdet ihr mich dadurch auf jeden Fall richtig unterstützen. Und es würde auf jeden Fall mich stolz machen, wenn ich VIP-Abonnenten hätte. Aber, Leute, das war es eigentlich auch schon von diesem kurzen Informationsvideo. Das sollte einfach nur eine Information rüberbringen, die ich so habe. Und deswegen, Leute, wenn euch das kleine Informationsvideo gefallen hat, würde ich mich übelst freuen. Wenn ihr für dieses Video einen Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren. Beziehungsweise mit VIP-Abo. Und natürlich kostenpflichtig abonnieren, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Aber ich bin jetzt mal raus. Euer Wombat. Ciao.